Oh, siebt diese Südkartoffeln raus, du kannst ziehen. Also du kannst ja ziehen. Zieh, zieh, zieh. So viel Kraut gibt das. Wenn ich gut belastet habe. Ja. Da ist ja noch ein Einer. Das sind weiße Südkartoffeln und diese hier sind die Farbe orange. Also gelb. Farbe gelb. Man sieht es ein bisschen. Ja, Südkartoffelernte von heute Morgen. Es gibt da riesen Dinger. Eieieiei, kann ich nicht einmal mit einer Hand heben. Seht ihr da diese Kartoffel? Ist ja verrückt, he? Und jetzt seht ihr, sie ist gelb, fleischgelb. Und diese hier sind weiss. Ja, die sind da zu kaufen bei uns. Zum Teil auch auf dem Kürbisverkaufsstand haben wir da auch ein paar zu verkaufen. Und heute Morgen konnten wir die ersten Restaurant Rutsville Bad liefern. Schön, hat mich gefreut. Es gibt ein Menü. Reh, Keule mit Kürbis und Süsskartoffeln. Winterkarte, Restaurant Rutsville Bad. Und empfehle ich euch, das mal zu probieren. Es ist sicher gut. Ganz sicher.